und ach du soll es so sein dass ich da rausspringen kann kann ich mir fast nicht vorstellen kann ich das Spiel glitschen glitschen wir das Spiel Bug using Health oh ich kann sie hören und ich kann sie sehen und ich kann mich wieder nicht entscheiden welche Waffe ich denn und ich kann mich wieder nicht entscheiden welche Waffe ich denn glitschen was oder glitschen was nicht ein guter Zeitpunkt um mal einen zweiten Safe Safe, Safe, Safe Safe, Nein ich komme da nicht raus so ihr Mistgeist hab ich gedacht ich könnte Spiel glitschen oder backen oder wie auch immer man will geht aber nicht das heißt ich muss doch diesen Weg nehmen das ist aber nett nett echt nett 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 unnett voll nett nett und oh was oh die können da auch durchschießen das ist so gemein ich dachte nur ich kann das und was zur wieso kannst du da auch durchschießen das ist voll und gemein voll unfair mir gegenüber ach ja kannst du mich auch töten was Mistvieh komm komm lad 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 okay dann wollen wir nicht bringt uns nichts das helfen wir noch mit dem Schnaps ja komm nein die gefährlichere lebt noch nein die lebt nur noch euch vorbeischießen das hab ich drauf aber echt und du schon wieder ich brauch andere Knallen welche mit Zielsuchfunktion wo ich nicht dauernd vorbeischieß zielsuchende Schnellfeuervernichtungsgerät Waffenmaschinen Dings brauch ich und davon ganz viele okay helf ehens jetzt gereicht aber egal wie das du warst doch rechts wie kommst du jetzt links hä krass feige hinterrücks an oh bluki bluki sieht aus wie der Ausgang ist wahrscheinlich auf der Ausgang also da lang lalalala ich hätte auch wissen müssen es der Gegner sehen warum rechne ich damit immer nicht ach ja scheiß Feuerbälle ist das ein Stimpack oder ja ist das ein Stimpack ja ja komm her komm her komm her und nein ist nur normaler Gegner aufwärts oh noch mehr Gegner oh oh nein Gegner mit zwei Raketenwerfern das ist nicht mehr viel oh so viele so viele Schnauze da hinten ich hasse euch auch ja na komm okay nochmal geschickt ausgerechnet und ich habe volle Energie wo ich die denn jetzt auf einmal her egal ich habe sie ich habe sie aber verdient weil ich so gut bin und Schnauze da oben oh die Munition ach komm und wir nehmen nein die da den da das da nein so funktioniert das auch nicht okay dann dann was machen wir dann was machen wir dann oh vielleicht soll ich speichern bevor ich das nächste okay wir erschießen die wir erschießen die weichen den seinen Kugeln aus ach schießen den da überhaupt nur da oben bin hier beschäftigt ach geh weg wir sind hier zielsuchend und speichern hier erstmal okay Schalter umlegen und wir fahren aufwärts schießen den da nieder den den da hinten schießen wir auch mal ach komm geht weg und jetzt killen wir das fette Vieh genau so machen wir das in den Rücken wie echte Helden schießen wir ihm in den Rücken ja es funktioniert die Heldentaktik funktioniert immer einfach in den Rücken schießen so wie ein wahrer Held so Munition nehmen wir ganz viel mit und okay jetzt lässt das wieder runter brauchen wir nicht und wir nehmen noch mehr Munition mit und noch mehr Munition und speichern nochmal schön an den Wänden halten auch nur so ein paar Verbände diese nach so eine ist auch dabei ja scheiß husten da schon wieder ah geh weg mensch okay den totten kopf na der explodiert an der wand und was ist das da hinten ach das wäre nur so nutzlose unsichtbarkeit wo sie mich dann trotzdem mit sehen und naja ich nehme das mit kit mit wie toll bin nutzlos egal also den keine neuen gegner nicht gar nicht boah also jetzt bin ich fast schon enttäuscht ich hätte jetzt mit Mords dem Ansturm gerechnet naja gut nur paar Munition die ich mal wieder schneller verfeuere als ich sie einsammeln kann und ich sehe ein Skelett ich sehe ein Skelett und ich hasse Skelette wie der eine oder andere vielleicht schon festgestellt habe ich hasse diese Vieh hier vor allem mit ihren Zielsuchenden Paketen oh man Schnauze da drin und wo geht's da lang zu noch mehr Munition die mir so langsam wieder aus geht geh weg und wir schießen die nieder und ah ich treffe halt wieder mal überhaupt nichts mit der Shotgun aus einem Meter Entfernung ja noch mit der doppelläufigen ich glaube ich brauche Gatling oder so wie viele sind denn da noch oh nein Moment wir haben volle Läden ich habe volle HP ist auch neu äh wo bin ich denn da jetzt gelandet ah ich glaube ich weiß wo ich toll jetzt sind doch gegenseitig erschossen egal mal wie geht es schneller äh Moment jetzt bin ich da lande ich dann wieder da okay einmal im Kreislauf so was gibt es da noch Gegner mal etwas was wir noch nicht hatten äh was gibt es da noch gar nichts doch so viel ja also schnappen wir uns den Anzug und hui ist da noch was noch ein Teleporter da hinten nehmen wir mal den oh hohoho jawoll und der Anzug hält noch das heißt wir können noch den Teleporter ausprobieren der gar nichts bringt und wo geht es da hin äh ah ja richtig da geht es jetzt da hinten weiter wo wir auch lang müssen glaube ich äh ja das sind Gegner also müssen wir da schon mal lang oder zumindest irgendwann mal sollte man da mal lang gehen ach ja Doppelshotgun die meistbenutzte Waffe im Spiel scheiß Husten da ey äh geh weg so wir geh halt ich hasse diese Totenköpfe ich hasse sie Gat Gatling Raketenwerfer ist Kacketling auch wenn er fast zu schnell schießt und ja die Knarre ist reichlich reichlich in der Hitland yeah frisst das komm 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 boah diese scheiß Husten ja